Wir reden heute über das neue EU-Naturschutzgesetz. Und das ist ein Entwurf, den die Europäische Kommission am 22. Juni 2022 vorgelegt hat. Der Entwurf einer EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Und wenn Sie sich jetzt denken, das kenne ich eh schon, es gibt ja eh diese Europaschutzgebiete, dieses Natura 2000-Netzwerk, dann muss ich Sie enttäuschen. Das neue Ding, das da kommt, ist viel, viel weitergehend. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und wir reden vom Entwurf einer neuen Verordnung, welche das Ziel hat, die Ökosysteme in der EU wiederherzustellen. Da gibt es Zielvorgaben. 2030 soll das 20 Prozent des Gebiets abdecken. 2050 soll das alle Ökosysteme in der EU umfassen. Was ist so ein Ökosystem überhaupt? Das sind so Lebensraumtypen, zum Beispiel die Pannonische Steppe ist da genannt. Da gibt es lange Listen im Anhang. Und dann geschützte Arten und dann wiederum die Lebensräume dieser geschützten Arten. Also das, was man eigentlich so aus dem Naturschutzrecht eh schon kennt. Und das, was die EU jetzt vorhat, ist, die bestehenden Flächen, die man sozusagen einmal erhebt, in einen guten Zustand zu bringen. Den guten Zustand, den kennen wir ein bisschen aus der Wasserrahmenrichtlinie. Das soll es jetzt so eben auch im Naturschutzgesetz geben, in diesem neuen. Und im Jahr 2050 sollen sozusagen die bestehenden Flächen zu 90 Prozent bereits in diesem guten Zustand sich befinden. Eine relativ taffe Vorgabe. Aber das ist noch gar nicht alles. Zusätzlich schaut man sich noch Flächen an, die man sozusagen wiederherstellen will. Darum heißt ja diese Verordnung Wiederherstellung der Natur. Das heißt, wo man dann sozusagen auch noch so Lebensraumtypen und Lebensräume schaffen möchte. Und auch da will man 2050 dann durch sein. Da will man dann 100 Prozent dieser zusätzlichen Flächen eben auch schon aufgewertet haben. Und da gibt es auch tausend sonstige Geschichten. Dieser Verordnungsentwurf schaut sich noch an, dass wir mehr Grün in den Städten haben. Klasse Geschichte eigentlich. Den Bienen soll es besser gehen. Die Flüsse sollen besser vernetzt sein. Die Land- und Forstwirtschaft kriegt ökologische Kriterien und Indikatoren, die sozusagen von der ganzen Wertigkeit nach oben gehen sollen. Alles gut, alles leibernd. Aber was bedeutet das, wenn man jetzt ein Projekt umsetzen will in der Europäischen Union? Und dann geht es dann überhaupt noch. Und da sagt der Entwurf, du musst differenzieren. In Natura 2000 Gebieten machen wir den Weg ganz eng. Du musst eine Ausnahmegenehmigung einholen. Außerhalb Natura 2000 geht es nur über ein überwiegendes öffentliches Interesse und eine Alternativenprüfung. Und das ist auch eine relativ enge Kiste. Mal sehen, was da künftig herauskommen wird. Die Neupheinisch-Moeik-K cocke Die Neupласти Vielen Dank.